schönen guten vorabend allerseits und herzlich willkommen zur zwanzigsten folge von let's play um sie 2 der omnibus simulator mit mir dem Julian Rieser. Ich zeige euch heute die Karte Baumgarten in der aktuellsten Version auf der ich fahre mit euch auf der Linie 17 von Albert Fleischhacker Platz nach Mosanger Fichtenweg Fahrzeit ungefähr 35 Minuten und unser Bus ist ein EW guckt Crossbow in der Low Entry Variante in einem Grummenab Intercity Repaint und wir fahren auch direkt los Heizung mache ich schon an War auch nicht so stark, dass ihr was vom Bus hören könnt Um sie ruckelt immer am Anfang ein bisschen, aber das ist ja ganz normal wenn man um sie startet Wilhelm Mayerstraße 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Guten Tag, 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 Hallo, kommst hier rein, doch da, dickstärker. Ich kann jetzt was warten, liebes Auto. Josef, mach Lichterstraße. Ich kann jetzt mal wiederholen. Ich kann jetzt mal wiederholen. Guten Tag! Guten Tag! Hallo! Guten Tag! Guten Tag! Hallo! Einmal Schüler bitte! Danke! Bitte! Einzelfahrtschüler! Einzelfahrtschüler! Danke! Bitte! Boah! Mann, Auto! Ich hatte Vorfahrt! Reitpuffplatz! Genau aus diesem Grund habe ich immer die Kollision aus. Hallo! Hallo! Guten Tag! Hallo! 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 droh Das Dorf hat gehört. Sehr geehrte Fahrgäste, hier spricht Ihr Busfahrer. Wegen Vorweiten im Bereich Rudersdorfer Gürtel vergeht dieser Bus nicht über Michael-Gamper-Platz. Fahrgäste mit dem Reiseziel Michael-Gamper-Platz stecken bitte hier in die Linie 31 Uhr. Dankeschön. Vielen Dank. hallo hallo ein ticket hallo guten tag könnten sie die klimaanlage mal ausschalten warum ausschalten hallo 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 guten tag wundernig Hi. Hi. Hallo. Hallo. Hi. 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 Mein Gott, meek. Hallo. Die Eberstraße. Die Eberstraße. Die Eberstraße. Schönen guten Tag. Ein Fahrschein. Bitteschön. Hallo. 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 Die Eberstraße. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Messe, Freigeländer. Vielen Dank. Vielen Dank. Messe, alle 3 bis 7. Vielen Dank. Messe, Parkplatz. Hallo. 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 Viva mal! Vielen Dank. Vielen Dank. Wir fahren echt viele Busfahrer. Woher da hinten, liebe Fahrgäste? Ich kann auch nichts dafür, dass wir hier die steile Steigung hinzufangen müssen. Dass das Heck dann am Radstein hängen bleibt. Hier mal einen schönen Ausblick auf den See. Okay. Okay. Und gut, dass das hier alles eine Einbahnstraße ist, dann braucht man keine Angst haben, dass ein Gegenbus oder irgendwas oder ein anderes Fahrzeug entgegenkommt. Okay. 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 Was ist das? Was ist das? Tennis. Nein, liebe Anzeige, bis 1 zu weit. Hier haben wir eine Minute verfrühen, dann spuren wir hier eine Minute vor. Keiner mehr rein. Okay, dann fahren wir weiter. Tennisweg. Jetzt sind wir Tennisweg, jetzt hast du richtig... ...sorgt für die Beansage. Vorsorge, Haslachweg. Nein, wir sind noch nicht Haslachweg. Tennisweg. 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 Nein. Monsaga, fast Laufweg. 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 Hallo. Hallo. Fichtenweg. Monsaga, fast Laufweg. 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 Monsaga, fast Laufweg.